Hallo und herzlich Willkommen bei Kastellator. Nachdem ich mir einfach überlegt habe, wie ich das mache, habe ich immer noch keine Ahnung. Okay, da erschießt er mich. Ich habe mir überlegen, es auf gut Glück zu versuchen, aber... Okay, gut Glück. Klappt nicht. Hm, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Halt! Okay, das war aus Versehen gedrückt. Scheiße. Das war jetzt komplett aus Versehen. Okay. Das ist eine verflixte Stelle. Ich kann hier nicht... Nein! Ich kann hier auch noch nicht großartig ablenken. Scheiße, das hat funktioniert. Was halt allernst, das funktioniert? Das hat allernst, das funktioniert. Das hat allernst, das funktioniert. Du bist so mieser Wichse. Doch mal, dieser Elixir. Bleibt unten! Danke! Ich dachte, das funktioniert nicht mehr. Ich stelle mir aber eine Frage, wie soll ich das jetzt machen? Wir haben keine Granaten. Scheiße! Moment, das Scheißling bleibt an, ne? Ich habe die perfekte Idee. Und er läuft nicht nach rechts. Nein, nach links meine ich. So ungefähr sah meine Idee aus. Hat nicht ganz funktioniert. Nicht wirklich. Hilfe! Nichts. 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 Wenn ihr euch jetzt fragt, wer das Secret ist, hier war es gerade. Also vorhin. So, jetzt bist du gefickt. Das wird jetzt Spaß. Nicht wirklich, aber es wird trotzdem Spaß. Ich dachte doch, es wird ein Spaß. Naja. Kriege ich das Ding erledigt? Riskieren wir lieber nichts. Genau deswegen. Letztendlich habe ich ja so ein weigerliche Pech. Schön, dass du zu blöd bist zum Ziel. Das freut mich sehr. Und hier geht es euch so, Leute. Mir geht es wieder mal blendend. Und mit blendend meinen, es ist auch blendend. Ja, keine Bewegung, wir wissen es. Ihr rennt jetzt wirklich alle zur Ape, oder was? Was meint ihr? Hat perfekt funktioniert, oder? Ich finde, es hat mit Perfektion funktioniert. Mit präziser Perfektion. Okay. So. Immer diese Verrückten. Wo kriegen wir bloß immer diese Verrückten her? So, und hier ist das Secret. Ihr seht es an den Flaschen. Dreimal dürfte raten, wo es ist. Ihr habt richtig geraten? Genau hier. Und es wird ein scheiß Secret. Das schwöre ich euch. Das ist ein scheiß Secret. Ich habe es noch nie wirklich geschafft gehabt früher. Vielleicht schaffen wir es heute. Nicht. Leider ist das das Problem. Wenn er tot ist, können wir selbst noch begehen. Ich weiß nicht. Wir quicksafen jetzt einfach mal hier. Auch wenn das die dümmste Idee sein kann, die ich je hatte. Weißt du was? Ich habe einen Fehler gemacht. Die Mine darf nicht durch. Das weiß ich jetzt schon mal. Die Mine darf nicht durch. Am besten machen wir jetzt einen Quick Save, wo wir ihn übernommen haben. Und versuchen da durchzukommen. Ist nicht ganz einfach. Ich gebe es zu. Aber hey. Nochmal. Also kleine Junge ist nicht gerade einfach zu steuern. Das war ein Fehler. Nochmal neu. Das war ein Fehler. Haben wir es so gut wie geschafft? Nochmal neu. Und jetzt durch da. Durch. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. So, da war eine Mine im Anflug. Das ist das große Problem gewesen. Die war schon von hinten im Anflug. Oh, 144. Leute, wir sind stolz auf uns. Jetzt aber raus hier. Jetzt wird es schwer genug. Ich liebe diese Musik. Oh yeah, baby. Oh yeah. Im Ernst, Oddworld, bringt ein Soundtrack raus. Ich wähl die Namen. Du befindest dich im Hauptquartier von General Dripik. Oh, ist das eine geile Musik. Nur General Dripik kann den Haupteingang der Soulstorm Brauerei teilweise entschärfen. Indem er mit dem glacken Stimmenerkennungsschloss spricht. Oh, ist das eine geile Musik. Ich mag diesen Beat. Tatsächlich. Von General Dripik einen Besitz zu nehmen, ist vorschriftswidrig. General Dripik zu liquidieren, während er besessen ist und bevor er das Hauptquartier entschärfen lässt, ist vorschriftswidrig. Und wird mit dem Tod unehrenhaft der Entlassung beschraft. Ich mag den Song. Hm? Okay. Wir hätten das türkliche Glas. Oh, jetzt ist die schöne Musik weg. Ups. Die schöne Musik wollte gerade anfangen. Ach, Controller, ich mag dich nicht. Controller, ich liebe dich, dich und dein Arschgesicht. Warum rennst du nicht? Rennt doch. Ich weiß nicht. War das richtig? War das richtig? Wollen wir ihn wecken? Nein. Schon wieder in der Krise, ne? Draußen ist nur Lärm. Lärm pur. Wollen wir warten, dass wir es da nicht rüber schaffen? Nein. Nein. Also wenn du gerade gedacht hast, du schaffst es da rüber, hast du falsch gedacht. Jo, lieber Kashi, du hast es falsch gedacht. Dann probieren wir uns das mal aus. Was? Hilfe! Naja. Wenigstens hat er seine Hosen. Wenigstens hat er seine Hosen. Moment, er hat uns nicht gesehen, oder? Er hat uns nicht gesehen, oder? Naja, auf jeden Fall. Sag ich jetzt erst mal bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Euer Kastellater, haut rein, Leute. Bis denn.